Haben Sie ihn nicht gesehen? Haben Sie ihn nicht gesehen? Sind Sie vorbeigelaufen? Ja. Ja, ich habe gesehen, damit Sie vorbeigelaufen sind. Warte mal, zeig Ihnen gleich gleich ein Beispiel. Haben Sie ihn nicht gesehen? Es war eine grüne. Ach, das grüne haben wir gesehen. Na ja, da stand doch ja eine Fritze, da ist doch bloß ein Moorlauch.